Mahlzeit Leute, wir sind hier Modding World die Meinschaft und heute mal runde CS und nicht Minecraft, das ist hier jetzt mal ein bisschen so abwechslungsreich bei uns. Mal was neues hier unterwegs. Genau, mit anweisend ist, wie ihr jetzt bei mir sehen könnt, Modline 28, Nylod Edcrafter 27, Klopapier 720p, ja auch der spielt Konterzweig und sitzt nicht nur auf Klo und natürlich ich. Achso, ich müsste ja mal meinen Namen noch ändern. Warum heißt der denn noch? Ja, ich habe meinen Dings-Namen noch drin. Was ist denn besser bei Rändern, Software oder OpenGL? Äh, du stellst mir Fragen. Egal, wie spielen jetzt. So, also wegen meiner kannst du jetzt losgehen. Ja, bin ich gleich wahrscheinlich tot, aber egal. So, mal gucken. Also wir sind alle relativ Neulinge noch dabei. Phil hat sich so wie Chine schon angeschlichen. Ja. Oha, also ich kann nur mit Aufnahme gar nicht spielen. Ne, ich habe 20 FPS. Hupzack! Also bei mir, ja, bei mir quält er sich mit spielen. Was ist da, der Hupzack? Okay. Dessen gehe ich gerade die, ähm... Wie viele FPS hast du, Ed? 30, Standard. Bei der Aufnahme. Ähm, mein Konterzweig startet mal, oder was hier? Ähm, ich glaube bei mir muss ich die Aufnahme beenden, Ed. Da muss ich dein Video nehmen und... Copy und bei mir dann im Kanal einfügen. Ja, kannst ja machen. Weil... Ah ja, mich hat er rausgeschmissen. Ist, ist ein bisschen laggy bei mir. Okay. Bei mir geht's. Ja, ich mach meine Aufnahme mal aus. Aber dann läuft schon flüssiger. Ey. Zu langsam. Läuft schon, läuft schon flüssiger. Fall in der Kopf. So, müd? Ne. Wir schauen jetzt natürlich. Wo ist denn hier eigentlich? Ach, unser Modlina ist da. Ja, ich bin hinter dir, Modlina. Ja, ja. Komm, folge, folge, folge mir. Wie war der Chat mit C, oder? Ne. Ähm, T wie Theodor. Okay, das sehe ich nicht in der Vorungsaufnahme. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Munition nachhabe. Ja, Munition kaufen übrigens mit Punkt. Mit R ist nachladen. Ah, okay. Was mit Punkt? Punkt. Mit Punkt kaufen. Genau, mit jetzt Punkt drücken und dann kannst du ja kaufen. Ah, da steht jetzt oben 30, okay. Und mit R nachladen, oder? Genau, genau. Beziehungsweise wenn leer ist, lädt er automatisch nach, solange wie er noch Munition hat. Okay. Grafik jetzt irgendwie anders. Hau, sieht lustig aus. Ich werde jetzt mal von OpenGL auf Software irgendwo stellen. Boah, warte. Alter Schwede. Krawumm. Und jetzt ist sinnvoll für euch eigentlich die Bombe erwacht. Was geht der Rack? Huckzi zucki hier mit euch. Ja, da warte ich ab. Ja, okay. Na cool, dann muss ich gleich erstmal richtig hinsetzen. Ich muss mich erstmal gleich wieder die F13 drücken und dann... Genau. Oh, wer hat geschossen auf mich? Oh, wer hat geschossen auf mich? Dankeschön. Alter Schwede, nicht schlecht. Ich hab dich gesehen. Ah, du trinkst doch heimlich. Ja, eigentlich schon. So, jetzt gucken wir mal wo Mühe drum ist. Wo die Mühe rum hängt. Irgendwer ballert da. Ah, das war süß. Oh. Oh. Jawoll. Ey. Oh. Ich habe mich für das Land geopfert. Ja, ja. Aha. Blut für das Land vergossen. Genau. Steh hinter mein Lad. Was geht's? So, schalt den Pfad rauf, damit man nicht so flert. Das klopft jetzt selig. So, dann werden wir jetzt mal gucken gehen. Geht in Deckung. Komm, wo steht auch immer auf dem kleinen Platz? Hey, das ist immer her. Ich hab meine Waffe in der Linken halt, obwohl ich eigentlich auf rechts. Da muss ich ja die Konsole öffnen und dann. Ich, das geht ja auch in den Einstellungen. Immer auf die Frauen. Software, seitdem ich die Software umgestellt habe, sieht alles irgendwie crazy aus. Warum wurde gelegt? Ich muss mich auch. Hey, jetzt den dummen Platz finden. Das ist doch schon wieder. Voll kack, ne? Das ist doch gar nicht so schwer. Ja, wenn man weiß wo er ist, dann geht's ja. Aber ich bin hier immer ganz falsch gerannt. Nicht nur du. Ich würd sagen, er ist am kleinen. Wie hat er denn gesagt? Falsche Mitte, oder was? Ne, er ist am großen. Ne, es ist der Ende. Ah, kack. Zehn hinten. Der hat natürlich schon den HWP. Ach, die biebt. Das ist gut. Boah, da hat's angefangen zu länger. Warum ist das jetzt explodiert? Ach du Zeitung, oder? Ja, weil die Zeitung war. Was war alles? Großer oder kleiner? Der Kleine hat gelegen. Okay. Also auf Software hier alles reindern zu lassen ist echt nicht so der Hammer. Sieht irgendwie lustig aus. Selbst Schultern noch. Da ändert man nichts an, guck. Oh! Ah! Und wie viel Schaden hattest du? Ich hab noch 60. Opa! Wo war der denn der runter? Wer der immer war? Mami! ja 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 immer rechts halten und dann rechts auf den großen platz go 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 und dort legen dort die bombe legen bombe auswählen äh ja stress nicht okay da kommt er da kommt er wieder hoch ist ja ja mit einer banane okay los geht's bist du voll banane möchte jemand eine banane nein 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 ich will keine hat sich acht da oben ey ich weiß nicht wo die ganze ballern aber wer kommt denn da wer kommt denn da na los komm schon vor äh und einer schleicht doch hier unten die banane schon lange hat sich gerade mein headset verabschiedet ne du bist nicht da ja wer schleicht denn da banane lang banane im pyjama ne ja ist halt ein artikel wenn man die map keine ahnung hat von der map ne ok das geht nicht uah net unten in der ecke wusste ich dass du da sitzt was war das für eine granate land nicht gleich naja er hat sich doch über den blick nicht gebrochen was mich total verwundert ja weil ich andy sagt habe dass er kommt deswegen wusste er dass die tp ist ich darf sowas nicht sagen weil er rennt da einfach eins von dir ab ja weil ich nie weiß wo du da dort stehst ist echt ist halt der nachteil wenn man die map kennt ne ja das stimmt natürlich das ist halt natürlich schon ziemlich Ich bin noch nicht ich bin noch nicht wenn ich bin noch nicht wenn ich ein brett ein brett Maul in dem Mörder. Wenn du ihn noch mal triffst, der hat mich gefehlt. Maul in dem Mörder, ab geht's! Na Eddie, sie ist schon gar nicht mehr da. Lüg mich hier. Oh, schwein. Das kam vom Lügen. Lüg mich nicht an. Ich hab nicht viel Ahnung, aber ich weiß, was du lügst. Was ist denn da los? Eko, ich hab ne Eko. Das heißt, dass ich mir jetzt diese Runde nichts kaufe? Außer ne HE. Auan, ich hab voll in die Blend geguckt. Boah, ekelhaft, wie sich die Grafik langsam wieder entpixelt. Was hat denn für ein Cock? Schön von der Laterne wieder runter. Alter. Alter. Wollt mich um auf die Laterne setzen. Eddie, nicht immer rennen. Was? Nicht immer nur rennen. Ja, ja. Bist du hörbar aus. Ja, es stehen kann jeder. Drück lieber Shift. Nee, drück Shift, dann läufst du wenigstens. Ich weiß, aber das ist mir alles zu langweilig dann. So, ich habe gekauft. Eine AWP. Die. Nein. Wieder CUD. Äh. Rack Eiern. Rack Eiern. Rack Eiern. Zau! Meine gute AWP ist weg. Hahaha Au 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 au... Das geht schön langsam und Ende zu Jetzt hab zu rundher auch noch Gut er Das hört sich voll dumm an Modlina du kannst Bombe legen da ist alles frei der ist bei mir hier hinten Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich da rauskomme. Geh die Banane hoch. Auiui, nein, Leute. Jawoll, schöne Ding. Kannst ja nachgucken. Kannst ja nachgucken. Ja, dann kauf dir einen guten Computer. Mal diese Ausreden. Äh, Eddy, siehst du eigentlich auch, wann ich anvisiere und wann nicht, wenn du bei mir droht bist? Nee. Leider nicht. Ich müsste ja in deine, in die Ich-Person wechseln. Weil der Camper... Ach, Geh. Heidelein, man müsste ja hingeladen, ne? Schäm dich. 91 hat er noch. Ah, ich weiß doch. Das ist ja voll Umfeld da unten. Da ist ABP da, ey. Ja, wenn der da unten immer hockt da, ey. Mein Headset hier ein Stück. Wow, guck mal dein Hexet an. Hexet! Bombe wurde gelegt. Ja, ja. Ja, ja. Mit seinen Granaten, ey. Vielleicht geht's in Deckung. Ah, Martin. Ah, super. Das geht hier nicht mehr anders. Äh... Ich hätte was geschafft. Ja, ja. Hätt's einen Entschärfungskrieg kaufen müssen. Ja, keine Ahnung. Ja, und was macht er mit mir? Mich ignoriert er dann einfach, oder was? Das ist doch egal. Hauptsache die Bombe. Du bist ja kein Indernis. Man muss sein Leben opfern. Genau. Hauptsache die Menschheit überwählen. Genau. Darf ich schon. Bitte kommt keiner mehr, oder ist denn hier los? Sind nicht geklappt? Na, du kommst um die Ecke und erschießt mich runter. Ich verarsch' mich. Ich verarsch' mich. Alter, Martin. Ich muss unbedingt wieder auf oben GEL umsetzen. Ich muss unbedingt wieder auf oben GEL umsetzen. Stubbel wäre ich hoch. Ja, hat sie. Eier, ja. Entquifft das mit oben? Ja, bitte oben. GEL, bitte oben. Ja, sie ist super. Du versteckst dich ja immer da unten. Überhaupt, das finde ich so. Das ist normale Standard-Pose, wenn du spielst. Ja, 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 immer da unten. Du Camper, du. Ne, Einer steht immer unten und sichert ab. Weil wenn da keiner mit runter kommt, dann können die anderen fast bis zum Bombenplatz hochstürmen. Und nur fast. Warum laufe ich überhaupt noch los, ey? Ja. Ja. Oh, einer ist hier noch auf dem Bombenplatz. Du, 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 du. Ich hab' nicht gedacht. Ich hab' nicht gekämpft. Ich hab' nicht gekämpft. Das ist taktisches Wagen. Ja, ich weiß. Wie man's jetzt nennen würde. Ja, ich weiß. Du hast hinter der Kiste gesessen, was? Ja. Das ist mir klar. Wie die, wie die ganzen Campern sich heute immer sagen. Taktisches Wagen. Ja, ja, ja. Stopp, zurück, Modlina. Ja, ja, immer eins sagen, ja. Links, rechts, links, rechts. Oh, Alter. Boah. Und jetzt da hochrennen. Ja, was da? Ich muss nicht nur vom Bomben, also. Nein, doch nicht da. Immer da, da. Genau. Der sagt Ihnen ja alles. Jetzt mal G drücken. Jetzt mal G drücken. Rücken mal G. Der hat die Bombe. Sie ist am großen Bombenplatz. Ja, ich weiß nicht, wo der höchste Postmanager ist. Da, wo wir gerade waren. Ich weiß nicht, wo der ist. Center-Mail. Voll leer. Aber toter Schweigen. Toter Schweigen. Normalerweise hätte ich gar nichts sagen können. Ja, das ist unfair. Ja, das ist unfair. Das sagt die ganze Zeit, Pass. Die ganze Zeit, jede Runde, was das sagt. Ja, das ist schon die ganze Zeit. Aber steht CX-6. Ist ausgeglichen. Kämt da jetzt den Grupp. Wie mache ich das? Wie entschärfe ich die jetzt? Mit E, oder? E, E. Aber wirst du nicht mehr schaffen, wirklich. Gedrückt halten, einfach E. Ja, ja. Ja, mal. Den reicht, den reicht, wenn du E gedrückt hältst. Ach so. Gucken und E gedrückt halten. Ah, okay. Hey, also sag noch einmal, ich bin schlecht, ne? Okay, dann mal los. Ja, der war nicht schlecht, Ed. Der war... Einmal in den Leben. Oh, ihr führt, ey. Ihr führt. Jetzt geht wieder BAM BAM. Ne, leider nicht BAM BAM. Ah, da kauf ich mir die tolle AWP. Kauf ich mir einmal was und dann nö. Dann nö. Ach, schön, dass die nur die Bombe fallen lassen. Sowieso. Alter, schon wieder kurz gedeckt. Mann, 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 ey. Ja, ja. Sagst du aber jedes Mal. Das ist ein alter Kämpfer, ist das. Boah, da sieht er mich da oben. Ich hab dich gehört, deswegen. Ich hab nicht gewusst, wo du bist. Ich spiel nach Geräusche, deswegen weiß ich, wo ihr... wo dich herumrennt. Ja, aber wenn die da so laut sind, die ganze Zeit der ist, dann kann man nicht nach Geräusche spielen. Aber ich finde die so laut. Aber ich finde die so laut. Wirst du leise sein, oder? Ja. Stumm sein. Nein. Mein Counter-Strike ist abgekackt. Wo wieder? Ich sag's the game. Ja, ist klar. Wir sind das Counter-Strike. Ich weiß nicht, ob du nicht das machen willst, was ich machen will. Oh, du leid. Alter. Klopapier, du. Ja, ja, ja. Hört sich aufgehangen, so wie es scheint. Nein, Leute, hat sich aufgehangen, ja. Jo. Klopapier ist grad durch den Balkon. Ja, ja, ich bin aber gar nicht mehr drin. Mir gibt's ein... ...Vortal-Error. Vielleicht gibt's doch immer Error. Terroristen gewinnen! Oh, voll. Pumpe. Pumpe. Naja... Oh, schon seit 5 Runden habe ich 96 Leben. Okay, los geht's. Ne, 100. Was ist denn das 96? Schutz. Jo. Rüstung. Rüstung. Geht in Deckung. Ich hab Türke. Muss mal Steam neu starten, hier. Gehe ich kurz von links? Endlich? Wieder zuerst endlich? Oh, Tür! Oh, Tür! Ich versuch ja schon wieder technische Probleme zu beheben. Ah, ja. Klar doch, wir wissen's ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ah ja, jetzt startet... Was ist das denn für ne Auflösung? Du drückst dich nur. Gibst zu. Die Einstellungen nehmen grad meinen ganzen Bildschirm ein. Ach, er hat meinen Counter-Strike wieder reset. Das ist ja nett. Alter, wo ist denn da wer? Oben, Döner. 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 Wie sich das einbringt. Oh, die Terror-Einheit gewinnt. Oh, die Terror-Einheit gewinnt. Oh, die Terror-Einheit gewinnt. Na, Steat! Ich hab mir was zu essen holen. Hä? Bin ich mal kurz bei den Döner vorbeigeschaut, ne? Okay, los geht's! Kurz mal bei den Döner. Jetzt hab ich wieder eine hübsche Grafik. Ja, das wird mir alles unnötig schaffen, ey. Wollte ich hier grad aufm Falsch. Aber connect. Geht in Deckung! Wir waren Ante, ne? Danke, Modlina. Sorry. Hä? Wir waren da hier sterben. Ich bin da rein. Warum hat die nur einen Schuss mehr? Du, der nicht automatisch neu landet. Komm mit hoch, komm mit hoch hier. Komm mit hoch hier. Ich bin wo anders? Ja, da... Oh, hallo. Du musst aber in dein Zusammenhalt, ne? Hubert wirft eine Granate. Geht in Deckung. Ja, und ich wollt extra nicht... Ablenkungsmanagement. Ja, du hast die Bombe. Äh... Ja, danke, Kobold. Äh... Mh... 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 Genau. Der zählt nicht. Ja, trotzdem habt ihr gewonnen. Äh, das hier ist ja auch eine Geisel-Rettungs-Map. Wollen wir eine andere nehmen oder wollen wir die nehmen? Keine Ahnung, kenn ich nicht. Also wenn ihr jetzt Terror gehen würdet, hättet ihr den Vorteil, ihr müsst die Geiseln bewachen. Wollen wir denn mal Terro gehen? Also ich nehme noch auf, seit nachdem es dreimal abgebrochen ist. Gehen wir mal einfach jetzt. Alter, die Musik ist ja zum... Dann gehen wir mal Terro. Warum sind wir jetzt vier? Oder Elektropapier wechselt. Ne, hä? Hä? Wir sind wechseln. Wir sind wechseln zu Terro. Edcraft hat Nylard. Edcraft hat die Tone. Wir nehmen mal weiß, oder? Modlina drückt mal M. M1. M? Modlina drückt mal M. M2. 1. An die Terro-Einheit gewinnt. Genau. Die drei nehmen das, bei dem weißen Spin. Okay, das heißt, wir sind die Weisen jetzt. Genau, wir sind jetzt die Weisen. So. Hier, irgendwer hat sie. Irgendwer ist sie. Achso, wir müssen jetzt die Geisen retten, oder wie? Superpapier. Wir müssen jetzt die Geisen retten. Ich habe aus Versehen einen falschen Skin genommen, aber... Mann, mir hat die weiße Bose. Ihr müsst auf die Weisen schießen und wir schießen einfach nur auf die dunklen. Jetzt hat natürlich jeder schon ein bisschen mehr Geld hier. Ist ja nicht schlimm. Könnten wir uns gleich mal eine Waffe holen. Äh, ich habe nicht genug Geld. Ich habe wenig Geld. Ich habe schon wieder auf den Scheiß. Na, eh, netten Geiseln. Solltet ihr mich einen umbringen? Achso. Beinahe auf weiß geschossen. Ja, ich auch. Du kannst so ein blödes Huhn im Weg. Ja, weißt du. Du bist so blödes. Leilert, wieso schießt du mich? Boah. Weil du nicht den Weisen schien hast. Ja, das ist wem nicht. Du hast rum Braun herum. Du braun sind die anderen. Du mal neus, Kind. Mach mal M neu. Ja, ja. Ja, ich bin das ein. Ich kann das denn nicht unterscheiden, weil die Hose sind die, Mann. Ich kann nur Theorist sein. Das haben wir alle weiß. Jetzt werde ich auch dich nicht noch... Jetzt bin ich alleine gegen euch drei. Modlina, nächste Runde bitte. M, 2, 1. Wir haben doch gerade gesagt getauschen. Nein. Ist ja gerade nächste Runde. Wir haben doch eben getauscht. So, wollen wir Teams... Die tauschen die Skins, aber doch nicht der Team. Das hat sie wieder nicht getauscht. Du hättest tauschen sollen mit Herrn. Modlina hat jetzt die Team getauscht. Ja, jetzt ist sie bei uns. Ja, na schön. Da bin ich jetzt gegen vier oder was. Du bist jetzt beim Team, weiß. Du musst bei der nächsten Runde... Ja, ich hatte aber vorhin nie getauscht. Da steht da nirgends vor, dass ich tauschen muss. Du musst... Ja, während des Neul ladet, wenn wir tot sind. Wenn einer der Seite stirbt, dann musst du M drücken. Und dann kannst du 0. M3. Ja, was soll ich das wissen? Ist egal, wenn du jetzt tot bist, drückst du M21. Ja. Die Mappen wäre echt kacke. Okay, jetzt haben wir M drücken. Eigentlich ist die Mapp scheiße, ja. So, wieder dran. Ja, wollen wir eine andere nehmen, oder wie? Ja. Fenne. Ja, gut. Wollen wir die... Wollen wir die... Wollen wir die... Ja, jetzt ist mal eine AWP-Match. Okay, dann nehmen wir die AWP-Match. AWP... Weil die kennen wir ja alle. Ja. Ähm... Lass mich auf einem Trotz weiterlaufen. Du bist hier nicht. Oh, jeder steht... Jeder steht... Okay, das ist ja gut. Wird bei mir eigentlich noch das Skript geladen? Ich glaube schon. Hey, das ist unfair mit einem Skript. Ich hasse die Waffe. X ausgeschalten. Mit welcher Taste? Oh. Oh. Press F3 to disable. Müsse jetzt deaktiviert sein. Ich konnte es nicht aussetzen. Ich war vorher tot. Ah, hier ist er weiß, dass wir nicht mehr zu hell gemein. Können wir ja nachdem mal mit dieser Sandhügel da spielen. Mit dieser komischen Rolltreppe nach oben und... Das ist Schnee. Weil ich hier nach... Ich weiß nicht, welche Map du meinst. Diese Schnee, wo die Rolltreppen sind. Sozusagen. Ey, der deaktiviert dann dieses Skript nicht. Ey. 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 Alter, da stimme für dich nicht. Alter. Ey. Kann man nichts fallen lassen. Ey, will der mir nichts veräppeln? Mit gehen müsste. Klar, du stehst so offen in den Augen, ey. Ey. Ja. Ah. Muss man eigentlich nicht mit dem Punkt auf den Kopf ziehen, weil du ziehst immer irgendwie nebeneinander. Auf den Hals. Hals zielig. Ja, das Problem ist, wenn du mir zuguckst, du siehst es ja nicht so schnell wie Ecke. Und das ist, als wenn du bei Teamführer guckst. Ja. Das war zum Beispiel jetzt einfach irgendwo in die Wallahe gezielt. Ey, warum kaufst du hier bitte? Okay, Modlina kauft Waffen. Ja. Ich komm mit der anderen nicht klar. Na gut, okay. Okay. Du hast auch ne Waffen kauft, aber ich schmeiß die extra wieder weg. Entgegen. Aber auf der Map mit so ner Waffe ist natürlich... Mann, ich wollte ihn da schießen. Ich komm mit den anderen aber überhaupt nicht klar. Aber trotzdem muss ich sagen, im Allgemeinen sind wir doch in relativ aussieglichen Team. Boah, danke Ed. Bitte. Ja, danke schon, Alina ist gar nicht so schlecht, obwohl sie sagt, sie kann das nicht und sie mag das nicht. Ist halt bloß ne Gewöhnungssache. Wenn du jetzt rauskommst, bist du tot. Alter, sag doch nicht immer alles cool. Ich komm mit der scheiß Waffe nicht klar. Ich weiß doch nie, wo ich dahin nixen muss, damit ich schießen muss. Äh, damit der genau dahintrifft. Na, Rechtsklick am besten, dann visierst du dich an. Genau, Rechtsklick ist einmal anvisiert. Ah, das ist die Schumpen, weiß ich schon, danke. Warte, bis Yoko aufschaut. Ah, ganz dicht daneben. Das war das Ohrläppchen von Nyloth. Guck dir mal an, F13. So, jetzt. F13 hat er jetzt aktiviert. Also, hier haben sie alle gehört. Cheater, Hacker. Boah, scheiße. Ah, das war F13. Okay, ich verstehe. Ach, geschossen. Das Problem war, ganz links hat einer rausgeguckt, von mir aus gesehen. Oben hat er rausgeguckt, und rechts rechts. Das war ich ganz links. Also, ganz rechts von deiner Pony aus. Und oben steht Klopapier, und ganz links statt N. Ich konnte mich grad nicht entscheiden. Sie hatten nur 18 Eintreffer, und wenns nur eingestreffener ist, sie ist. Das glaubst du aber selbst nicht. Die anderen beiden haben 100. Viel Spaß. Wenn wir sie treffen natürlich, ne? Die Schüsse, zwei Treffer, dann... Kannst du durch Wände schießen. Ach, stellen wir den Feind rüber. Oder du nimmst jetzt dein Messer im Mund, und dann rennst du los. Hier rüber rennen, haben wir gesagt, nochmal nicht. Jawoll. Schade. Wo geht noch mal? 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 Ah, schade. Der erste war... ...den andere Ohrläppchen. Und jetzt musst du genau zwischen die zwei Ohrläppchen treffen. Äh, ich werd's probieren. Jetzt muss nur mal das Teil zwischen die Ohrläppchen treffen. Äh... Ohr... 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 Ach, da unten? Ohr... 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 Ich muss drei Treffer. Jetzt seht ihr mal, für alle, die das Video sehen, jetzt hat Kobold F13 angemacht. F13 bedeutet, guckt mal alle auf eure F13-Tasse, dann wisst ihr was los ist. Daher die Mütter immer auswählen, wenn der Counter-Strike spielt. Alter, würdest du mich verkackeiern, Mann. Ey Kobold, bitte. Was soll denn? Mach's aus. Echt mal. Ey, da ist nix. Was hast du jetzt gesagt, jetzt aktivieren wir mal F13. Ja, ne. Ja, ich versuch's ja auch, aber guck mal, da ist... Ah, zu spät gesehen. Ja, hier. Modlina, Modlina, hier. Die ist übertragbar, meine F15. Äh, F15. Mal erhöht die Daste, ne? Okay, los geht's. Oh, Modlina, der war ja dicht daneben. Tja, schade. Ganz dicht. Ganz dicht. Ganz dicht. Ganz dicht. Ganz dicht. Beide ausgeschalten, ey. Aber komischerweise, warum kann ich bei mir nicht aufnehmen? Weil bei mir leckte dann so komisch, also. Festplatten oder so? Hm? Bei mir gar nicht. Festplatte? Achso, jetzt kann ich das nicht schafft. Weil mein PC das nicht schafft. Links am Stein. End Sonnesein. End Sonnesein. Doch, da oben sind wir. Da. Du ich den Bau. Ja, klar. So, ich setz mich mal kurz richtig hin. Weil wir liegen 4 zu 5 zurück. Ja, ja. Klar doch, mach doch. F13. Okay, dann mal los. Ey, wo geht's denn hier? Da geht's nach oben. Boah, Eldi. Du hast mich zweimal gebraucht. Kann doch nicht sein, ja. Marina, deine Runde. Ja. Nach und fertig. Dürfen wir jetzt hier Waffen, dürfen wir hier Waffen kaufen oder nicht? Ihr dürft euch rücken. Rüstung kaufen, das mach ich auch immer. Achso? Rüstung. Wir kaufen ja nie was. Wir werden ja auf dem Rüstung. Ah. Rüstung. Wir kaufen ja Rüstung. Kaufen ist gar nichts. Nee, ohne kaufen am besten. Wir haben A. Nee. Ihr seid andere Cheater. Ihr seid kaufe Cheater. Musst du G drücken und neue Waffe aufnehmen. Ah, Mann. Was? Machst du auch mal was? Was? Machst du auch mal was? Oder ist das hier eine Panzeranstaltung? Äh, ja. Ich probier's. Du möchtest, dass wir hier sind zum Brötchen essen? Boah, Alter. Da kommen drei Kugeln auf mich zugepload. Und meine Leute haben geklappt. Ich hab auch grad geschossen. Ich zünde mir jetzt ein Nikotin-Pflaster an. Ich zünde mir auch ein Nikotin-Pflasterchen an. Ich zünde mir auch ein Nikotin-Pflasterchen an. Weil Rauchen ist ja ungesund. Rauchen darf man ja nicht. Wie wir alle wissen. Und bitte nur ab 18. Danke. Ui, wo waren die? So, Heidkwifter. Das war jetzt die Rache hier. Den hab ich gar nicht gesehen. Du siehst mich durch die Bäume, ne? Ah, Mist. Boah, ich hab grad ab ins Gesicht. Der war gut, der war gut, der war gut. Der war wirklich gut. Es fehlt nur noch Möd, ne? Und Lina hat ein. Jawoll! Wow! Der war gut, der war gut. Jawoll! Der war schon mal geil. Alle fünf Runden, mach dir mal was und dann schaffst du's richtig. Genau. Nein. Hier, diese Klopappe, diese vollge... Ah, ah. Klopappe, die kannst du... Äh, wer stand hier hinter mir? Der hat mich voll blockiert. Ich eigentlich, aber du bist vorne gelaufen. Das war das Problem. Nee, 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 lass mich hin. Wir blockieren uns gegenseitig. Was? Wir blockieren uns gegenseitig. Genau. Oh, Klopapier. Klopapier gegen zwei. Hab auch abgedrückt, ey. Hä? Ja, so ging mir die Runde davor. Und, was ist drauf zu kommen? Hey! Wo warst du jetzt? Da war die Runde. Wo warst du jetzt? Ach, zwei Runden noch. Möd. Maul, ne Mörte. Zwei Runden noch. Zwei Runden noch. Oh, das ist mir zu heiß. Da stehen drei Leute. Und zehn nur auf dich. Oh, das ist faszinierig. Oh Mann. Geht's eigentlich fast der Übersetzung wegen des Zeugs, die Sau, ey. Voll und schuldig. Aja! Ach ja, ach, ach ja. Sieht noch jemand aus meinem Team? Nein. Also, ja, ich. Aber, das ist ungefähr, wenn du da runter bist, was glaube ich das nicht. Ich hab gerade geschossen, Huck. Ich hab gerade die Lustaste gedrückt, um sic. Maus, da ist er tot. Echt mal, blöde Maus. Ja, so ne blöde Maus. Oh, scheiße, hätte er klappen können. Aber schön, Modlina. Schöner Treffer. Rechts im Haus ist er. Schweigen, bitte. Ne, ich lebe noch, ich darf reden. Ja. Nur Tote schweigen. Wurbel läuft da rum. Ja. Es beweist nur, dass er nicht campt. Links im Haus. Du brüllst und du bringst ihn auch rum. Ey, ich glaub, es war noch Zeit, das anzusagen. Genau. Ja, es war ja schwer. Das heißt, wir haben noch was mit zu tun. Es wäre ja langweilig, wenn wir immer gewinnen würden. Ja, ich kann nicht mehr gerade zielen, hab schon ein bisschen. FFPS, oh. Äh, Klopapa war eben links. Ich weiß nicht, ob er immer noch da ist. Ah. Ah. Oh, Arme. Wo warst du jetzt? Ich hab deinen Arzt bei dir. Ja, das ist bei dem Stein, das ja. Ich hab seinen Hintern gesehen. Voller Schieter, ich kann gerade durch die Wände gucken. Ah, mein Gott. Das liegt daran, wenn du in irgendein Block versteckst und durch die Wand guckst. Ja, ja. Der Klopapierfass ist jetzt wieder. Von oben. Der Schieter, hier seht ihr ihn auch mal ganz genau. Abflussrohr. Seine Taktik, seine Aimboards, seine Worms. Abflussrohr. Kein Traktisser. Cool, das hat mich sogar verstanden. Ich hab den nicht. Tote schweigen. Ich hab den nicht. Tote schweigen. Das heißt, wenn du tot bist, dann werden keine Position verwahrt. Ach. Durch die Wand. Tote schweigen. Wohlt, der schießt immer Leute durch die Wand. Achtung, Achtung, äh. Er hat geschossen, ey. Er lebt noch. Ja. Kein Kräuter. Wenn du einmal rausguckst, dann ist zu viel, dann sehe ich dich unten. Ja. Ich hab gedacht, du bist tot. Aber, äh, ich hab falsch gelesen. Ich dachte, dass du hast... ...die, die, die, die Maul ne Mörder hat. ...gesprochen. Okay. Oh. Edgewefter? Ja. So werden wir keine Freunde. Okay. Ja, ich muss immer alles allein machen. Ich hab hier alle zu dumm, Alter. Ich muss aber alles alleine machen. Ja. Hast du eigentlich auch Trick-Shots in Counter-Strike? No. Ich dachte von dir, du könntest was. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ist das Stein? Kannst du gleich schneidlos erschießen? Ist das Stein? Ist das Stein? Ist das Stein? Ist das so gut? Ist das Stein? Nein. Achtung, Ausflussrohr. Tote Schweigen. Tote Schweigen. Tote Schweigen. Außerdem habe ich ihn sowieso gesehen. Ja. Woll ich jetzt auch sagen. Maulina, wenn man tot ist, keine Posys verraten. Ja, ja. Ja, sonst ist doch unter. Das ist doof, ja. Sonst verrate ich hier nur noch Posys. Ausflussrohr. Wir sind alles Pussys. Aha. Tja, alle Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Waren doch gerade mal zwei. Ach, verdammt. Alle guten Dinge sind eins. Genau. Oder so, ja. Uuuuh. So, bitte keine Schleichwerbung. Ich mache mir jetzt noch eine Flasche B.Acadi. B.Acadi? Äh, ein Glas B.Acadi. Uuuuh, das war knapp. Knapp, knapp. Mit kein bisschen Schleichwerbung. C. E.Ola. Los, los, los. G.Ola. E.Ola. Ach, ich wollte gerade wegziehen. Ich wollte gerade weg. Ich habe nicht gesehen, dass du auf mich guckst. Warte mal rein. Warte mal rein. Binde sie mit. Wo ist die Modlina? Aber Modlina kannst du dir Stunden Zeit lassen zum Anbieter. Uuuuh. Aber Modlina, wenn die eben mal drauf ist, wa? Ah, das... Jawoll. Alle zusammen, Modlina. Tschöne Tiefke. Alle auf einen gehaufen, ey. Ja, die ist schon gut, ne? Ja. Okay, los. Sie macht sich langsam. Schön langsam, ja. Da kann ich auch nicht andauern. Schön. Ja, er wollte wieder durch sein Loch gucken. Das ist geil, das Loch. Ich habe auch gerade gesehen, ihr habt. Unser Loch. Loch? Fieses Loch. Alter Schwede. Modlina? Soll ich Disconnect? Willst du alleine weitermachen? Ich denke mal, du wettet Zeit, dass wir mal Kuppen austauschen. Ja, ich wollte gerade sagen, du mit Nylon-Muster zu mir. Ja. Damit ich auch mal besser werde. Genau. Okay, wechseln. Ja, wo bin ich? Ach. Achso, hier war ich. Du bist tot. Du bist tot, um deine Fragen zu beantworten. Danke. Ich habe nur den Straßenrand gesehen. Den Straßenrand hier. Naja, ähm, den Map-Rang. Mhm. Wieder mal anvisiert hier, der Knobi. Klopapier. Siehst du das? Ja, ich bin in der Ich-Perspektive von dir gegangen. Achso. Ey, du im Weg, da steh'n da. Jetzt seh' ich genau das, was du siehst. Ach, Kobold. Ey, die sieht wirklich nur ganz normal an. Ach du, ich hab' dich verloren. Ja, das Problem ist, wenn du, wenn du, wenn du eben zuguckst, du siehst hier nicht ganz parallel. Du siehst hier nicht ganz parallel. Ach, schwindet er wieder. Ja, das ist mir gerade ein bisschen zu heiß. Ja, das ist mir gerade ein bisschen zu heiß. Das wäre noch zu cool gewesen, jetzt umsprung mit Dina mitzureißen. Ja doch, ich seh's, ich seh's genauso wie du. Dina ist draußen hinterm Stein. Irgendwer, ja. Du hast grad die Waffe gewechselt. Ey, warum wechselst du? Anvisier. Ich seh das so wie du. Ah, Menno. Du warst zu schnell. Ich hab dich gesehen. Ich hab auch gesehen, wie du da, hier den Edge Hefti umbringst. Ah, 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 und, 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 und. Ey, ich seh da auch schon nach Ecken aus, wie du da rumläufst, Kobold. Ja, ja. Ha, 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 ha. Vor allem in der Ich-Perspektive, ey, wie das auch passiert. Ich war doch nicht immer auf der selben Stelle raus. Interessant, aha, ha. Okay, ja, interessant. Ach, der sitzt auf der Treppe, der Arsch. Sowieso. Der sitzt auf der Treppe. Der sitzt auf der Treppe. Wer zu sehen, vor allem. Ich hab ihn gesehen. Nicht ganz kurz, aber noch mal nicht mehr. Ach so, kein Wunder, wenn er jetzt da ist. Oh, da war ein Treffer bei, da war ein Treffer bei. Ne, kein Fest. Da wärst du fast gestorben, da wärst du grad fast gestorben. Ah, nur fast. Ja, durchs Fest-Tank. Bist wohl reingeblieben, wa? Ach, ein bisschen. Klopapier. Ach, ein bisschen, sagt man doch. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen reingeblieben. Okay, los geht's. Klopapier, das kannst du besser. Ah, verdammt, halt die Trommelwesen. Ne, Adina hat wieder. Oh, Modlina, schön. Ist jetzt wieder deine Runde? Ja. Schade. Jawohl. Jawohl. Übrigens, der andere befindet sich auf der Map. Heim. AWP. Ruine. Ach, ne. Auf der Runde Map. Keine Position verraten, ey. Ehrlich jetzt, der andere ist auch hier. Cool, wusste ich gar nicht. Er versteckt hier nur. Wo sehe ich denn, wie lange der Map generell noch dauert eigentlich? Ähm. Chat einfach nur Time Left eingeben. Wie lange funktioniert das überhaupt? Wie lange geht die Map überhaupt? Haben wir so. C, äh, Z, Time Left und dann. Z. Okay, funktioniert nicht, weil ich ja gar keinen AMX Mod drauf hab. Da, 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 da. Ja, aber wie lange ist so eine Map? 20, 20 Minuten. Ist eingestellt. Okay. Uh. Ich hätte ja nur gewusst, wie lange sie jetzt nicht geht. Ja, ich müsste den AMX Mod installieren und dann könnte man... Das sehen. Der war hilfreich. Dann kannst du sowas sehen. Hm. 3 Minuten 40. Ja, stimmt. Na, kann ich ja noch machen. Mach das. Mach das. Okay, los geht's. Easy. Ah. Haha. Ich hab dich, glaub, einmal getroffen, wa? 200. Schei. Boah, da nutzt mich wahr. Du. Aber puh. Wer liegt denn noch? Redraft? Nee, Klo. Nee, Klo. Die Toilette. Ja, die Toilette. Ja, Mann. Ihm zuzugucken ist auch mal ganz lustig. Ist am Klo. Hm. Wir haben gewonnen. Es steht jetzt 1-1. Das heißt, wir müssen noch eine Map machen. Ja, diese Sand-Roll-Treppe-Map. Ja, wir haben 50 Millionen-Maps mit Sand hier drauf. Nee, da wo du... Ach so, mal diese Roll-Treppe. Die Roll-Treppe. Ah, ja. Das ist fast kein Sand. Ja, das ist fast kein Sand. Ja, weiß weiß ich. Das war so helles Ding. Ja, das ist fast kein Sand. Du spielst Minecraft und Minecraft sieht der Schnee auch nicht aus. Wir wie der Anti, oder? Ja. Das ist fast kein Sand. Ja, die Mega,ier.